Musik Schön, dass Sie unsere Nummer gewählt haben. Ich bin Hildegard Reno-Wanz-Grützmacher, war früher Krankenhauspfarrerin und lebe nun im Ruhestand in Gomaringen. Der Blinde schrie noch viel mehr, Du, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Das ist der Lehrtext für heute. Der Blinde schrie noch viel mehr, Du, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Der Blinde ist Bartimaeus, der da schreit, laut schreit. Am Straßenrand sitzt er und bettelt. Wie heute in Kairo gab es damals in Israel keine Sozial- und keine Krankenversicherung. Wer krank wurde oder sogar krank auf die Welt kam, war gnadenlos auf die Familie angewiesen oder zum Betteln verurteilt. In meinem Leben habe ich noch nie so viele Bettler und Bettlerinnen gesehen wie in Kairo. Das Schlimme dort ist, dass auch Kinder betteln und dabei ihre Hausaufgaben auf dem Gehweg machen. Bartimaeus hört, dass Jesus in der Nähe ist und er weiß von ihm. Wenn einer mir helfen kann, dann er, so muss er gedacht haben. Er schreit nach ihm. Auffallend? Er schreit nicht. Jesus, er schreit. Jesus, du Sohn Davids, du kommst von Gott, du hast göttliche Kraft, du strömst heilsame Energie aus. Was du kannst, kann kein Mensch. Du bist Gottes Sohn. Du rettest mich. Jesus hört ihn nicht. Er bleibt nicht stehen. Die Leute wollen, dass Bartimaeus still ist. Sie fahren ihn an. Erinnern sie sich an die Mütter, die mit ihren Kindern zu Jesus kommen. Auch die werden von den Umstehenden angefahren. Schert euch weg. Der Meister ist mit theologischen Gesprächen anderweitig beschäftigt. Ihr seid jetzt nicht wichtig. Diese Geschichte steht im selben Kapitel. Wie die Mütter lässt sich Bartimaeus nicht abwimmeln. Aus Verzweiflung? Vielleicht. Aber auf jeden Fall, weil er von Jesus ganz viel erwartet. Er vertraut ihm blind, so möchte ich sagen. Also noch lauter rufen, das tut er. Und jetzt klappt's. Jesus hört ihn und will, dass der Blinde zu ihm gebracht wird. Und was jetzt kommt, das ist eine Zumutung. Jesus fragt den blinden Bartimaeus, was willst du, dass ich dir tue? Ja, was soll denn der Blinde Bartimaeus anderes wollen, als sehend werden? Da könnte man sich doch aufregen, oder? Was für eine überflüssige Frage. Bartimaeus muss sich verschaukelt vorkommen, aber er antwortet brav, dass ich sehend werde. Weshalb diese Frage? Will Jesus von Bartimaeus seinen Willen hören? Etwa so, ich will sehen können, ich will nicht mehr betteln müssen, ich will raus und ein neues Leben führen. Ich will, ich vertraue auf Gott, er wird mir helfen. Ich verstehe Jesus so, dass er dies vom Bartimaeus hören will. Das hilft ihm auch. Das Vertrauen auf Gott macht ihn gesund. Sein Leben ändert sich, weil er mit Gott weiterlebt. Gott hat sein Vertrauen bestätigt. Er kann sehen. Nie mehr wird er blind durchs Leben gehen müssen. Er wird ein neuer Mensch. Jesus bestätigt sein Vertrauen, sein lautes Rufen, sein Bitten. Mir fällt ein, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Jakob am Jabbok. Die Geschichte wird in Bartimaeus Gedächtnis wohl gewesen sein. Und Jesus lässt ihn nicht und ruft ihn und er wird gesund. Ohne Vertrauen können wir nicht leben, das merken wir täglich. Wir brauchen eine Hoffnung, eine gute Vorstellung vom Leben. Wir wollen etwas gestalten, auf den Weg bringen. Wenn uns das abhanden kommt, wird unser Leben düster. Eine gewisse Düsternis breitet sich aus in unserem Land. Das ist fatal. Es geht uns, ich glaube, ich darf das so sagen, es geht uns fast allen gut. Freilich, wir werden vieles ändern müssen in unserer Wirtschaft, in den Schulen, mit unseren Heizungen. Wir haben eine schlimme Corona-Krise erlebt. Die Nachwehen erleiden manch von uns immer noch. Veränderungen sind schmerzhaft, ja, aber ohne wird es nicht gehen. Und wenn wir dabei unseren Ingenieuren, Medizinerinnen, den Forschern, den Handwerkerinnen, den Fleißigen vertrauen, dann ist das auf jeden Fall hilfreicher, als alles nur schlecht zu reden, wie es zurzeit geschieht. Gott hat so viel Schaffenskraft, Forschergeist, Fantasie und Fleiß in uns Menschen gelegt, dass wir Veränderung können. Was willst du? Willst du überleben, du und deine Nachfragen? So könnte Jesus heute fragen und dabei hören wollen, ja, ich vertraue, deine Kraft reicht.